Sonntag. Das Warten hat ein Ende. Die Nesca-Saison 2016 beginnt live und exklusiv mit dem Motorvision TV Speed Sonntag. 16.40 Uhr. Die spektakulären Höhepunkte der nächsten Saison. 17 Uhr. Die sensationellen Highlights des Sprint Unlimited Show Race. Und um 18 Uhr. Nesca Sprint Cup live. Das legendäre Daytona 500 Auftakt Rennen. Mit Tietenverteidiger und Driver of the Year Kyle Busch. Watch all of the NASCAR Sprint Cup Series action live on Motorvision TV.